So, und dann jetzt mit meiner Runde auf Planet Crafter, in Planet Crafter. Es wächst hier schon ganz, ganz gut, würde ich sagen. Ich war jetzt hier nicht mehr wirklich online, also das heißt, ich mache es direkt immer aus, sobald ich die Aufnahme beende. Das heißt, wir haben jetzt hier nicht wirklich mehr Fortschritt als letztes Mal. Aber, was ich sagen kann, und das ist ziemlich positiv. Sekunde, ich muss gleich mal kurz die FPS erhöhen. Okay, mein Traber startet nicht. Okay. Genau, ich habe es, glaube ich, noch irgendwie auf 75 FPS begrenzt oder so. Ich meine, es ist halt genug, aber mehr ist halt schöner. Naja, wo haben wir stehen geblieben? Okay, Blauer Hammel, so und so, so und so, so und so. Wir haben letztens dieses Essens-Ding aufgebaut. Was kann man denn craften? Jetzt bin ich gerade ein bisschen lost. Crafting. Ah ja, genau, die Heizung, glaube ich, wollte ich mal aufbauen, oder? Kann das sein? Oder haben wir schon die Heizung schon aufgebaut? Ne, diesen fetten Heißluft haben wir hier schon aufgebaut, genau. Was haben wir sonst noch alles? Wir haben doch irgendwas freigeschalten, oder? Innenleiter. Wohnmodul Fenster. Oh. Hm. Not bad. Ich glaube, wir könnten auch ein bisschen looten gehen, oder so. Ah, jo. Wir waren... Ah, ja, 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 ja. Jetzt, 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 jetzt. Ähm, Sauerstoff und Wasser. Okay. Was für uns Kobalt, oder was brauchen wir dafür? Zweimal Kobalt, okay. Pflanzenröhre Stufe 3. Brauchen wir euch die Dinge getraubt? Achso, weil ich schon besser habe. Okay. So, wo haben wir diese Pflanzenröhre Stufe 3, Silizium? Hä, das ist machbar. Das ist halt echt gut machbar. Das ist machbar. Okay, das machen wir zuerst. Kann man das irgendwie anpennen, oder so, wenn man hier was braucht? Ne, Magnesium, Alu, Silizium. Magnesium und Silizium. Alu, glaube ich, haben wir momentan noch. Das ist natürlich auch noch mit. Auch wichtig. Genau, im Prinzip können wir eigentlich alles mitnehmen. Wir brauchen sowieso so früher oder später alles. Ähm, von dem her ist es eigentlich egal. Genau. Ich hoffe jetzt halt nur nicht, dass wir dann, ähm, irgendwie mal von so einem, ähm, Meteor da getroffen werden. Das wäre nämlich echt ein bisschen uncool. Aber das könnte passieren, leider. Das ist halt das Problem. Also, soweit ich gehört habe, kann es passieren. Ähm. Oh, ist das gerade schon ein Bug? Ja, ich glaube, es ist nicht falsch, wenn man einfach alles mitnimmt, weil... Warum halt nicht? Was passiert jetzt? Warum ist es so laut? Oh, ne, 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 ne. Oder? Ne, warte mal, das war ein Partikel. Doch, ne, ne, doch, doch, doch. Oh, nein. Nein, bin nicht auf die Base. Habe ich jetzt gechinkst? Please no. Aua. Junge. Alter, was ist denn los? Alter. Übertreib halt komplett. Yo. Hör doch mal wieder auf. Man kann alles übertreiben. Fliegen wir bloß nicht... Oh. Nicht so nah auf die Basis. Kann ich... Kann ich das hier irgendwie verhindern? Ey, ich brauche Flachs. Ich sag's euch. Nicht das mit CH, sondern das mit K. Mit hartem K. Okay, diese und die sind okay. Ich frag mich halt, wie es gekodet ist. Ob es einfach so ist, dass man... Oh. Uah. Mal schauen, ob es irgendwas cooles gibt. Hier fallen natürlich ein haufenweise Sachen raus. Äh. Okay. Alter, das ist gelb. What the fuck? Eisen. Inventar voll. Natürlich. Da ist nichts rausgefallen, oder? Doch, na. Wait. Ist hier eine Kiste mit drungen? Nee, oder? Nee. Hä? Wie geht denn sowas? Ach so. Die Meteoriten, die... Die haben einfach Kisten mit dabei. Okay. Immer wieder was Neues gelernt. Ah ja, haben wir noch die Antenne aufgebaut. Wie war denn das? Ah, ich hab's vergessen. So. Ähm. Pflanzenröhre. Alu. Haben wir noch Alu schon, oder? Wir haben noch Alu. Ähm. Was brauchen wir noch? Wasserflasche. So. Hä? Ah. Okay. Hochinteressant. Uran. Golden. Wow. 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 Okay, jetzt... Jetzt geht's richtig los. Das Ding wieder produzieren bis zum Umfallen, oder? Plus 78 PPQ. Okay. 78. Was haben wir jetzt aktuell? Sauerstoff. Yo. Okay, lol. Wir haben 78 zu bekommen. Jetzt haben wir 91. Das heißt, wir haben... Ja, okay. Das ist... Das ist heftig. Okay, also wir snowballen hier aber schon so ein bisschen, oder? Also das heißt, snowballen, klar, und so. Oha. Jetzt geht's aber voran. Ähm. Wo haben wir noch unser... Hier ist das Ding. Sauerstoff. Ja, gut. Okay, hier. Also jetzt, wenn wir... Grasverteiler. Oh. Wir können dealen. Sammler der... Oh, ja. Okay, 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 okay. Wird mega spannend. Vorratsschrank. Interessant. Äh. Vielleicht sogar ganz gut, weil dann können wir endlich mal die blöden Kisten hier wegtun. Die stören mich eben auch ein bisschen. Oh. Ja. Das ist gut. Ach nee, ich kann wieder nicht abbauen, oder wie war das? Äh. Warum kann man Sachen nicht abbauen? Das geht doch bestimmt irgendwie, oder? Hm. Ah ja, ist eigentlich das Essen schon fertig? 77 Prozent. Alter, das ist hier eine Premium-Oberschiene. Hahaha. Ähm, gut. Was wollen wir noch machen? Wir wollten hier noch Wasserflaschen. Keine Wasserflaschen. Sauerstoffflaschen. Leuchtfeuer. Oh, das ist gut. Das ist gut. Hilft, den Weg zu finden. Okay, wir brauchen... Ah, du, was will ich haben. Nein. Kann man schnell hier Alus suchen. Das bestand in der Kiste, was wir gerade vorhin getroppt haben. Also, was da halt runterkam. Ja, gut, okay. Also, der Fortschritt, der ist wirklich jetzt schon sehr beachtlich, muss ich sagen. Ähm. Wo war das jetzt? War das hier? Titan. Eisen. Kann man einfach so mitnehmen? Da oben, glaube ich, ist die, oder? Ich glaube, das muss die sein. Hallo. Nein, es ist wieder voll. Oh, nein. Also, der Metall ist so klein einfach. Das ist echt blöd. Du läufst los. Bist voll. Du bist nicht mehr angekommen und bist voll. Na gut. Wie schaut der Himmel... Oh, wait. Der Himmel wird blauer. Wir haben schon fast einen blauen Himmel. Ja, krass. Ja, echt krass. Okay, ähm... Leuchtfeuer können wir mal direkt aufbauen. Das bauen wir mal. Ne, ich will nicht so viel draufbauen, weil vielleicht... Ähm, wer weiß. Fabian, okay. Enter text, base. Perfekt. Super, okay. Ähm, was können wir noch bauen und machen? Äh... Was ist mir das gerade auf dem Bildschirm? Will ich es dort wissen? Wahrscheinlich nicht, oder? Ups. So, alles hier mal einsammeln. Weltraumnahrung ist wichtig. Ich habe nur einmal Nahrung... Hm, naja. Okay, let's go. Es wird Zeit, hier zu erforschen. Neue Mitteilung erhalten. Natürlich bekomme ich das, wenn ich gerade aus der Basis rauslaufe. Logisch. Genau, haben wir hier... Okay, die Base haben wir da. Das ist super. Also, den mag er mal nicht. War er da hinten schon? Ja, da waren wir schon, genau. Ne, ich will immer das andere Biom. Da glaube ich, gab es ja auch ziemlich viel coolen Stuff. Da liegt so viel Zeug rum, das ist irre. Genau. Ja, also der TI, der Terraforming Index, der macht echt eine ganz gute Performance aktuell. Oder performt relativ well. Äh, well, genau. Performt relativ gut. Die 175 KTi, die haben wir eigentlich echt bald erreicht. Das heißt, insofern können wir uns, glaube ich, sehr bald glücklich schätzen. Dann haben wir nämlich einen blauen Hammel. Äh, ich weiß nicht genau, was der uns bringt. Ich denke mal, das hat bestimmt... Vielleicht hat es Vorteile, vielleicht auch nicht. Aber wir sind auf alle Fälle einen Schritt weiter dann. Und... Wir werden es rausfinden. Ich bin so froh, wenn wir mit diesem blöden Anzug nicht mehr rumlaufen müssen. Und endlich mal genug Sauerstoff haben und Wasser und so. Ähm... Das ist mir echt ein bisschen störend. Wir waren letztens hier irgendwo bei irgendeiner Kiste, oder? Und natürlich können wir auch ein bisschen mehr, ähm, entdecken gehen und so. Das haben wir halt aktuell wieder das Problem, dass wir halt... Naja, nicht weit laufen können, weil wir müssen uns wieder abkratzen und so. Genau. Halbzeit haben wir gerade erreicht. Da noch eine Kiste, die looten direkt. Alu. Zu mir. Direkt zu mir. Silizium, Alu. Die haben wir schon gelootet. Gut. Titan. Ja, Titan. Ich meine, Titan klingt halt wichtig und, glaube ich, ist auch wichtig. Aber ja. Ich merke nur, grafisch könnte das Game ein bisschen besser sein. Das ist ein wenig schade, irgendwie. Also, die, die, die Rocks hier, also diese Dinger, die sind echt nicht so toll. So, was haben wir da noch alles? Da haben wir irgendein Zeug. Da haben wir irgendein Zeug. Hatten wir letztens nicht irgendwo eine Kiste hier gefunden, die wir nicht öffnen, oder schon öffnen konnten? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Was ist denn hier? Oh, was ist denn hier alles? Ah! Ich kann es abbauen mit irgendeinem Tool, was ich noch nicht habe. Aha, okay. Oh, interessant. Oh, Kisten! Oh, Iridium. Yo. Was ist das hier? Eisen, okay. Ähm. Oh, nein. Nein, zu viel Iridium, was da drin ist. Wir müssen auf alle Fälle, was ist das hier? Stoff. Äh, wir müssen erstmal das Iridium mitnehmen. Hier warten wir Titan immer auch mit. Kobalt, glaube ich, findet man am öffesten. So, Alu ist auch noch gut. Also, diese komischen Superlegierungen da. Okay, wir sind voll. Ich bin jetzt eigentlich nicht gekommen fürs Iridium. Aber, ja gut, ich meine, wenn es hier rumliegt, warum nicht? Why not? Lass uns mal kurz einen kleinen Abstecher machen und das nächste Iridium hier, was ich glaube ich anfängt. Ja. Oh, oh. Wait, waren wir hier schon? Ah, sieht alles so tödlich irgendwie aus. Ich suche gerade den Map. Ähm. Ah. Ähm. Sieht krass aus. Ähm, wir gehen zurück, würde ich sagen, oder? Ich würde sagen, wir gehen zurück. Genau, ich weiß nicht genau, wofür man das Uran braucht. Also, gut, wofür braucht man Uran? Entweder für Atombomben oder Energie. Ähm. Vielleicht kommt ein... Oh, nein, noch eine Kiste. Nein. Oh, nee. Wobei, wir können erstmal das Ding nehmen. Und sammeln. Das Ding noch... Äh, das wollte ich nicht, verdammt. Na gut, okay. Ähm, genau. So läuft es ganz gut, glaube ich. Terraforming Index 95.000. Also, wir schaffen es vielleicht noch nicht diese Folge. Aber spätestens in der nächsten Folge können wir es, ähm... Die Sache abhaken. Mit dem blauen Himmel. Also, ich meine jetzt schon bläulich, zumindest. Noch nicht blau, aber bläulich. Ähm. Ähm. Ja. Ich glaube, das ist immer auf einem ganz guten Weg. Das Spiel ist eigentlich so simpel, aber so genial irgendwie. Oder gibt es nur mir das so? Ich finde es irgendwie schon cool. Uh, ein lila Himmel. Auch sehr cool. Das ganze Game war am Anfang so... Ja, so... Ich will nicht sagen so hässlich, aber so lebensfeindlich. Und ja, schon auch hässlich. Heizung Stufe 3. Sehr gut. Ähm. Und es hat sich einfach so sehr geändert jetzt irgendwie. Und ich finde das cool. Also generell, wenn sich Spiele während des Spiels ändern... Also wirklich fundamental ändern, finde ich das schon cool. Hier ist auch irgendwas. Ich kann bestimmt später mal Energie erzeugen mit so'n Scheiß. Schon nice. Flashlight. Und 100 KTi haben wir erreicht. Dafür haben wir nichts freigeschalten bekommen. Das ist traurig. Wir müssen auch ein paar von den Bohrrendern bauen. Das, ähm... Ja, wir sollten ein bisschen mehr Gas geben vielleicht. Glaube ich wäre... Wenn nicht falsch. Das Ding, das eskaliert, ist brutal. So. Terraforming Index. Ah ja, wir haben eine neue Mitteilung irgendwo. Da haben wir das. Ähm... Sträfling. Ach, okay. Wir sind quasi ein Sträfling, der abgesetzt wurde. Und wir müssen den Planeten terraformen. Vollständig terraformen, damit unsere Strafe uns erlassen wird. Okay. Interessant. Sollen wir das noch bekommen? Ähm... Hm, 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 hm. Okay, interessant. Gut. Wo machen wir am besten erst mal weiter? Wait, haben wir das nicht ausgerüstet? Das haben wir doch ausgerüstet. Hä, aber, 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 aber... Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Wir hatten doch gerade eben das Symbol, dass wir das eben nicht können. Ha. Haben wir das Exoskelett, Rucksack 3, Sauerstofftank 3. Okay. Ähm, gut. Wie schaut es hier aus? Das Ding ist fertig. Nicht fertig? Hä? Wait. So, machen wir voll. Ja, und wie geht jetzt das? Ah, ah, oh. Ah. Gesund wiederherstellen. Oh, okay, das ist cool. Ähm, lass uns doch mal noch kurz so eine... Was? Iridiumstab. Wie mache ich das denn wieder? Wie mache ich denn einen Iridiumstab? Wo, also, wo kriege ich den? Wo crafte ich den? Herstellungsstand, Stufe 2. Haben wir den schon besser? Ah. Ne, ich glaube nicht. Lass uns mal noch irgendwie hier so ein Ding bauen. So ein Boirer mehr. Ne, nicht den. Großen. Händen habe ich dann noch aufgebaut, genau. Ah. Shit. Okay, dass ich hier nichts abbauen kann, das belastet mich gerade irgendwie schon ein bisschen. Weil ich weiß jetzt nie, wenn ich halt irgendwie expandieren will später, dann bin ich halt im Arsch. Äh, Kobalt, Kobalt. Brauche ich auch das Lithium, keine Ahnung. Ah, Lithium, Magnesium, Eisen, Kobalt. Magnesium, Eisen, Kobalt. Habe ich ja gar nichts von. Eisen, Kobalt. Wie oft Kobalt? Magnesium. Brauche ich auch Alu, keine Ahnung. Kobalt. Kann ich bauen, okay. Super. Das Ding stellen wir zu den anderen Händen dazu. So, einmal hier hin. Und jetzt geht weiter. Wie viel Dank hier haben wir jetzt den aktuellen Überschuss? Wir haben. Bewässerung niedrig. Ja, bewässer mich. Oh, gleich passiert was vielleicht. Oder auch nicht, keine Ahnung. Und nichts. Okay. Gut. Strom. Hier ist der Strom. Da ist der Strom. Verfügbar. Okay, wir können also noch so ein Ding bauen. Eisen und Titan. Titan haben wir hier. Und dann nochmal Titan. Und dann mal Eisen. So, auf geht's. Genau, wir müssen ein bisschen Fortschritt hier machen und so. Nicht, dass sie noch irgendwie, was weiß ich, zu langsam geht oder so. Kein Plan. Genau. Okay. Ich würde sagen, ich beende erstmal die Folge. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal.